Mein Dad sagte, die Welt so zu sehen wie ich sei eine Gabe, dass ich anders sei als alle anderen Menschen. Wir spielten immer ein tolles Spiel, die Erkundungsexpedition. Ich sollte aus jedem Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts etwas mitbringen. Ich habe etwas aus jedem Jahrzehnt gefunden. So schnell. Du Einstein. Dad? Bist du da? Bist du da? Was an ihm vermisst du? Seine Stimme vermisse ich. Seine Stimme, die sagt, dass er mich liebt. Ich auch. Nach seinem Tod fand ich diesen Schlüssel in Dads Schrank. Wie finde ich das Schloss, in das er passt? Was hat er mit meinem Dad zu tun? Ich habe es dir doch gesagt, ich weiß nichts über deinen Vater. Wenn du herausfindest, wo dieser Schlüssel passt, wäre das ein Wunder. Er muss gewollt haben, dass ich etwas finde. Was öffnet er? So viele Menschen kommen und gehen in deinem Leben. Jetzt sagte man, darf sich nicht fürchten. Manchmal müssen wir uns an unseren Ängsten stellen. Ich habe dich lieb. Ich bin da, wenn du mich brauchst.